Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorSearchTV und in diesem Video geht es um eine eher unbekannte Aktie, die aber natürlich meiner Meinung nach trotzdem interessant ist. Deswegen auch der Hinweis, ich bin indirekt hier minimal investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben und das hier ist natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Es handelt sich um die Eurotech-Aktie, ein bisschen generischer Name. Die sitzen in Italien, Italien finde ich auch gar nicht so uninteressant, weil das Land haben sich glaube ich internationale Investoren seit 10 Jahren nicht mehr so angeschaut und da gibt es doch ähnlich wie bei uns den ein oder anderen interessanten Mittelständler, der auch an der Börse notiert ist, wie diese Eurotech. Und sie verbinden wirklich so 2-3 Megatrends, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, vom Buzzwords und auch das Geschäftsmodell ist jetzt nicht das allerbeste bisher, aber sie sind ein führender Anbieter von Edge Computing. Was ist Edge Computing? Da erfolgt die Rechenleistung an der Grenze, vor allem zum Beispiel im autonomen Fahren. Vor 2-3 Jahren war ja alles um die Cloud, das ist natürlich auch weiterhin wichtig, aber die Cloud kann nicht alles machen. Gerade bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Datenraten, da müssen halt Sachen auch lokal berechnet werden. Oder zum Beispiel eine Sicherheitskamera, die nicht immer alles in die Cloud hochlädt, sondern halt auch lokal dann entscheiden kann. Das nennen sie dann sogar Edge AI, ob es sich lohnt Alarm zu schlagen oder nicht und dann die Cloud zu aktivieren oder auch beim autonomen Fahren. Also das Auto muss auch bremsen können, wenn es nicht gerade mit dem Internet verbunden ist oder solche Themen. Sie haben da eher viele auch so noch Test-Cases, wo sie halt für solche Probeanwendungen Industrie-PCs zum Beispiel fertigen. Sie haben zum Beispiel die Inonet übernommen, die sitzen in Deutschland, deswegen vielleicht auch Irotec, die solche Embedded-PCs etc. fertigen. Da sind die Margen natürlich ganz okay, aber ist natürlich auch die Wertschöpfung nicht so hoch, weil die werden halt so ein bisschen zusammengebaut wie bei Dell. Trotzdem, da schauen die Firmen natürlich darauf, dass es funktioniert und weniger auf die Kosten. Ich habe auch mal so ein Auto gesehen, aktuell diese Probeautos, da sitzen dann richtig so Riesen-PCs drin. Das ist zum Beispiel, was sie machen, aber halt auch weitere Anwendungsfälle, zum Beispiel das Thema Industrieautomatik und solche Themen. Und sie sind auch im Software-Bereich da tätig. Das eine wäre halt die Hardware, aber deshalb auch Software dazu hat. Und das ganze Edge-Computing kann natürlich ein Megathema werden, gerade in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz. Und die Aktie hat von diesem ganzen AI-Hype noch nichts mitbekommen. Wir sehen hier den Chart. Aktie stand mal bei fast 10 Euro, ist jetzt bei 3 Euro. Und auch, warum ist interessant, aufs nächste Jahr ist das KGV unter 10. Muss man natürlich immer gucken, wie diese Schätzungen so sind. Aber sie haben da schon so ein paar Verträge auch gewonnen, dass das durchaus realistisch ist. Und da ist natürlich dann ein enormer Hebel, wenn ich halt viele Jahre in die Technik investiert habe und dann irgendwann, sag ich mal, die Gewinne kommen, aber ich davor Verluste gemacht habe. Und das ist meiner Meinung nach nicht so entdeckt. Aber natürlich auch der Hinweis, das ist eine kleine spekulative Aktie in einem modernen, technologischen Feld. Da kann es natürlich sehr, sehr viele Änderungen geben. Und das kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. An letzten Zahlen waren nicht so schlecht vom Quartal. Sie wachsen auch organisch, das ist ja wichtig, sag ich mal, auch in der möglichen Rezession mit 23%. Bei einer ordentlichen Cross-Profit-Marge von 47%. Und das ist nur ein Quartal. Aber sie sind auch wieder, machen Nettogewinn, was ja auch nicht selbstverständlich ist bei so einer Technik. Und wollen sich auch noch mal mehr auf die nahen Sachen konzentrieren. Also Sachen, die halt auch in den nächsten Quartalen Umsätze bringen und nicht irgendwie in ein paar Jahren. Und mit dieser sogenannten Edge-IoT, zum Beispiel die Sicherheitskameras oder andere, da arbeiten sie halt auch mit den sogenannten Hyperscalers, also AWS oder Microsoft Azure zusammen. Und über die kann man halt dann manchmal auch neue Kunden relativ effizient gewinnen, weil die machen das nicht selber. Die sagen, hier ist meine Cloud, wenn ihr irgendwas lokal berechnen wollt, sind wir vielleicht nicht die allergrößten Fans. Aber bieten wir auch die Schnittstellen dazu an, weil wir auch wissen, wir sind hier bei autonomen Fahren. Wir können nicht alles machen und wir haben da hier einige Projekte und vielleicht ergibt sich halt im autonomen Fahren da auch dann noch mal mehr Möglichkeiten mit ihren Industrie-PCs und außerhalb von Test-Cases. Da gibt es natürlich dann auch mehr und mehr Konkurrenz, wenn man dann in den größeren Maßstab geht. Aber wie wir auch hier sehen, Transport, Industrie, Automation, aber auch Energie und Energienetzwerke sind alles keine Riesensummen, aber die Firma ist auch nur 100 Millionen wert. Wenn ich da 30 Millionen zusätzlichen Umsatz generiere, ist das schon ordentlich. Und dieses Edge, A-I-O-T, ist natürlich ein schönes Schlagwort, wird halt auch im Umsatzanteil mehr einnehmen und das hat auch einen höheren Multiple verdient. Muss natürlich ein bisschen abwarten, wie halt eine mögliche Rezession sich so im zweiten Halbjahr dann entwickelt. Gerade solche Pilotprojekte werden dann auch mal eingestampft. Trotzdem, aktuell stimmen da noch die Zahlen und wenn sie da so ein bisschen weiter wachsen, erscheint mir die Aktie absolut und relativ nicht so teuer. Und wir haben es auch gesehen, lange Zeit waren es so Testcases und jetzt soll eigentlich halt wirklich der Umsatz so anziehen. Sind halt alle Schätzungen, die natürlich bei so einem Small Cap nicht so genau sind, aber wenn es so kommt, erscheint die Aktie mir sehr günstig. Aber man muss die Schätzung, ich habe jetzt die für 24 halt mit einer gewissen Prise Vorsicht nehmen. Aber ich schaue auch gerne nach Aktien, die halt so Hype-Potenzial haben. Und wenn sowas mal entdeckt wird, mit AI, mit Edge-Computing, mit autonomen Fahren, dann kann natürlich sowas auch mal an ein anderes fairen gehen. Aktuell ist ein faires KGV von 20 angebracht nach dem Modell des fairen KGV. Oder wenn man auch für das aktuelle Jahr leicht in einer Unterbewertung, aber aufs nächste Jahr halt eine ordentliche Verdopplungspotenzial im Hype vielleicht auch mal mehr. Wie gesagt, die Aktie stand ja auch schon mal fast dreimal so hoch. Das war also kurz und knapp eine Übersicht über Eurotech. Man möchte bei so einer kleinen Aktie nicht zu tief gehen, die auch, ja vielleicht hat es ja ein oder andere gesehen, in den Wikifolios drin ist und auch minimal im Fonds. Und deswegen auch nochmal Hinweis auf die Interessenkonflikte. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielleicht für die Investierten. Die Produkte sind nach unten verlinkt und bis zum nächsten Mal.